Hohohohohoho Ist das Frag, dass wir das zumachen können? Weiß ich, das auch nicht so ganz? Komm her Komm her Ach, scheiße. Hahaha, geil. Das war nicht mal ich. Das war nur die Granate. Die hat ihn zerfetzt und ich hab gerade den Moment rangesucht. Sehr geil. Okay, ist hier noch irgendwas. Oh, Mann, diese Alarmanlage. Was war das denn? Ach so, schade. Ich dachte, das war die Alarmanlage. Aber jetzt sind wir hier wieder. Oh mein Gott. Aha, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Fuck, den hab ich nicht gesehen. Oh, scheiße. Okay, aber das Level ist, äh, ziemlich cool für dich. Deswegen machen wir das einfach nochmal. Wieso findet der einfach manchmal keine Speicherstände? Ich versteh's nicht. So, okay. Das Ganze also nochmal. Oh, was geht das wieder los? Vielleicht kommen sie wieder alle. Ach, jetzt muss ich den Scheiß da auch nochmal machen, ne? Ich weiß, hier muss noch anders sein. So, wir waren ja soweit auch keine, keine Secrets. Also brauchen wir auch gar nicht noch so lange aufhalten, eigentlich. Wir können natürlich jetzt da oben nochmal... Ja, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, ja. Und den müssen wir kaputt machen. Das Prinzip. Wir haben auch keine Statuen. So. Ähm, wie haben wir das jetzt gemacht? Stuhl genommen. Also wir brauchen jetzt ne Fragehand, zum Beispiel die. Dann nehmen wir den Stuhl. Darauf. So. Hinstellen. Darauf. Und springen. Und das hat nicht geklebt. Gut, nochmal das Ganze. Jetzt ist der Stuhl noch da. Hup. Ist immer da. Wahrscheinlich hat der Schalter... Ne, hat der Schalter jetzt dieses hier nicht gebracht? Kann auch sein, dass er die Wand geöffnet hat. Habe ich jetzt schon geschaltet? Ja, habe ich schon. Wie kommt man da rein? Da stehen keine Fässer an der Wand oder so, was man da durch könnte. Manchmal kann man auch gewisse Wände aufsprengen. Das ist auch möglich. Aber in diesem Fall, hier ging das dann nicht. Steht ja nix. Da steht hier was. Aber. Egal. Gut, also gehen wir runter. Pushen hier mal eben schnell durch. Das kennen wir ja schon alles jetzt. Gehst du weg? Der andere? Da waren noch zwei. Ja. Das ist auch so eine lange Treppe hier, die ist kuselig. Ja. Ja. Das zeigt er nicht an. Dann zeigt er den nicht an. Komm her. Jetzt. Da hab ich das. Danke. Deswegen hab ich die Alarmanlage immer noch nicht gefunden, ne? Ups. Da hat er eine Verzeihung. Ich bin etwas unachtsam manchmal. Ja. Gebe ich zu. Das ist denn jetzt von hier aus die Tür jetzt auf, vielleicht? Ist das gebracht? Vielleicht geht die Tür auch erst auf, wenn wir den Alarm abgestellt haben. Aber nee, die war ja von Anfang an zu. Hey. Was heißt hier? Ich könnte bald schon wieder so ein Schluck Saft nehmen, ne? Aber eigentlich ist das Verschwendung. Jetzt haben wir ja wieder was. Oh, Schnappszahl. Hör auf. Vielleicht kommt der Weinkeller, bei dem ich mir auch nicht sicher bin, ob wir da was übersehen haben. Ich weiß nicht, was das jetzt wirklich geht, Alter. Oh, das ist ja so. Oh. Oh. Danke, dass du mir die Arbeit abnimmst. Du hast gerade das Symbol zerschessen. Das Symbol deines Chefs hast du zerschessen. Mit das, was du kennst. Für Stumpfsinn. Wo ist hier das Versteck? Na. Du bist doch gerade eben rausgerannt, du Arsch. Idiot. Was los? Das ist der Weinkeller, ne? Da gucken wir gleich nochmal rein. Hm? Da hat er dann zwei gewesen. Ja. Ja. Gleich damit. Ja. Klapp. Gut. Aufm. So. Haben wir alles kaputt gehauen? Sehr schön. Das freut mich. Oh, oh. Oh, ich konnte selbst kaputt. Hat er sich gerade selbst die Luft gespenkt? Oder du bist ein anderer, ich weiß es nicht. Oh, wo steckst du dich? War ich hier vorhin? Soldat! Oh, sehr gut. Ah, hier schon mal. Sieht so aus. Position nehme ich natürlich gerne. Ist sie auch nicht, ne? Ach ja, ich werde wieder so ein bisschen schweigsam, aber ich möchte halt jetzt gerne so ein bisschen konzentriert bleiben hier. Weil ich eigentlich nicht schon wieder sterben möchte. Da gibt es ja eigentlich ein Mittel gegen. Ich könnte ja mal eben speichern. Dann erspare ich uns einen weiteren, äh, Reload. So, dann bin ich mal eben an die eine Stelle, wo mich der Typ niedergemetzelt hat. War niedergeschossen, wie er gesagt. Das ist ja auch nicht so weit von hier, oder? Noch eine verschlossene Tür. Oh, Mann, ey. So viel verschlossene Tür. Okay, was ist hier los? So viel verschlossene Tür. Aha! Secret! Achtung! Achtung! Okay. Ach, ja. Was ist denn? Oh! Treasures! Okay. Der Raub ist, glaube ich, das... Soll ich ihn nochmal schalten? Ich glaube, das habe ich... Hallo! Hallo! Oh, da sind wir wieder draußen. Okay. Zettel habe ich aber gar nicht gelesen. Ein bisschen Bildung ist ja auch ganz gut, ne? Dass ihr die Geschichte auch mitbekommt. Und verfolgen könnt. So. Da habt ihr was. Okay. Wo müssen wir jetzt... Ist das... Aha! Das war eine. Aber es waren nicht alle. Okay. Das ist zu, weil hier der Schalter irgendwo ist. Wo war... Da... So, ich mache dich jetzt galt. Diesmal gehe ich gleich links lang. Das geht an. So, wir müssen mal gucken, was hier los ist. Das ist nix. Ist hier nichts hier oben? Sieht lecker aus. Aber er hat keinen Hunger. Schade. Zettel. Wieder was für die Bildung tun. Gut, das war es schon wieder. Können wir nicht, dass es hier rausgeht. Das wollen wir nicht. Wenn es rausgeht, muss ich ganz schnell zurück. Oh, komm mal her. Ich krieg's eine. Oh.